Hallo zusammen, ja mein Part auf dem Print Day ist Innovation ist Herzenssache. Was meine ich damit? Wir müssen etwas blättern und zwar zurück in die Zeit, die jetzt diesen Frühling vergangen ist. Und die vergangene Zeit, das ist die Zeit der wachstumsgetriebenen Ökonomie, dieser Growth Economy. Und was jetzt kommt, das ist die natürliche Ökonomie, die Organic-Ökonomie und die funktioniert anders. Ein Beispiel habe ich hier, die Erfolgsgeschichte. Was ist eigentlich Erfolg in der neuen Businesskultur? Erfolg ist eine bewusste Kultur. Ich habe bewusst eine Firmenkultur. Zum Beispiel ist mir wichtig, dass die psychologische Freiheit wirklich stattfindet. Diese bewusste Kultur führt zu glücklichen Mitarbeitenden. Das ist nämlich wichtiger als der Kunde. Die Mitarbeitenden, weil das dann automatisch dazu führt, dass es zufriedene Kunden gibt. Glückliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erzeugen automatisch zufriedene Kunden. Und die zufriedene Kunden führen letztlich zu stimmigen Finanzen. Das und natürlich viel mehr gibt es von mir auf dem Print Day. Ich freue mich! Musik 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 Musik